Starte in eine neue Sitzungswoche. Mit meinem Team habe ich mich besprochen, was für Termine anstehen und was alles zu erledigen ist. Ich habe mich dann mit einem Verband getroffen, um über die geplante Ausweitung der Lkw-Maut zu sprechen. Wir haben uns getroffen im Fachbereich 2 in der Bundestagsfraktion, das sind alle Abgeordneten aus dem Umweltbereich. Dann bin ich rübergelaufen zum Empfang für Europaabgeordnete. Europa ist ja uns als Grüne besonders wichtig. Ja und danach ging es dann zur Landesgruppe Baden-Württemberg, den Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen aus dem Ländle. Der Dienstag ist der Tag der Fraktionsgremien. Nachdem ich im Bundestagsbüro ein bisschen schon gearbeitet habe, bin ich in die Arbeitsgemeinschaften Mobilität und Tourismus. Dort haben wir Fachinformationen ausgetauscht und debattiert. Dann bin ich in die Fraktionssitzung gelaufen. Dort trifft sich die gesamte Fraktion drei Stunden lang, um über Themen zu diskutieren, Inputs zu bekommen und festzulegen, wer zu welchem Tagesordnungspunkt im Plenum spricht. Abends war ich zu Gesprächen bei der Deutschen Umwelthilfe. Ja, der Mittwoch startete mit einem sehr frühen Termin, nämlich einem Live-Interview beim Deutschlandfunk. Es ging um die Deutsche Bahn und deren Finanzierung. Ich war dann als Vertretung im Landwirtschaftsausschuss und als ordentliches Mitglied im Verkehrsausschuss. Dort habe ich gesprochen zur Digitalisierung der Bahn und zum Deutschlandtakt. Mittags war ich bei einem Fachgespräch zum Güterverkehr und dann habe ich zwischen Terminen einen traurigen Termin gehabt, nämlich einen zerschossenen ukrainischen Rettungswagen mir angeschaut, um mir einen Eindruck über den Krieg in der Ukraine zu verschaffen. Dann war ich im öffentlichen Fachgespräch zum Sport- und Event-Tourismus und schließlich hatte ich im Plenum eine Rede zur Logistik. Der Donnerstag ist der längste Tag in den Sitzungswochen des Deutschen Bundestags. Ich hatte heute mehrere Besprechungen mit dem Verkehrsstaatssekretär zu verschiedenen Bahnthemen. Dann bin ich ins Plenum. Dort stand der assistierte Suizid, die Suizidprävention und die Energiewirtschaft auf der Tagesordnung. Es gab verschiedene namentliche Abstimmungen, unter anderem zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Am Abend war ich auf der Stallwächterparty des Landes mit vielen wichtigen Gesprächen. Der heutige Freitag begann mit einer Sonderfraktionssitzung, in der wir die aktuelle politische Lage diskutiert und einen Ausblick auf die kommenden Wochen bekommen haben. Im Plenum ging es heute stark um Energiepolitik, LNG und das Wärmegesetz. Wir hatten eine namentliche Abstimmung und einen Hammelsprung, mit dem Mehrheitsverhältnisse im Parlament geklärt wurden. Mit Ländern haben wir heute über Tourismus gesprochen und vor allem die nationale Tourismusstrategie diskutiert. Die Sitzungswoche ist zu Ende, die Parlamentspause startet, aber wir werben natürlich auch in den Parlamentsferien immer für unsere Demokratie.